Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdrutsch im brasilianischen Teilstaat Rio de Janeiro ist weiter deutlich gestiegen. Die Behörden geben die Zahl der Toten am Freitag mit mindestens 136 an. Am Tag davor hatte sie bei 117 gelegen. Die Suche in der Stadt Petropolis nach Vermissten in den Trümmern der durch die Erdmassen zerstörten Häuser geht am Wochenende weiter. Am Freitagabend heulen in Petropolis die Sirenen auf, um die Gefahr neuer sintflutartiger Regenfälle zu unterstreichen. Derartige massive Regenfälle hatten am Dienstag die Katastrophe ausgelöst. Straßen werden zu reißenden Flüssen, Häuser und Autos werden mitgerissen oder vom Schlamm verschüttet. Der Staatschef Jair Bolsonaro überflog am Freitag Petropolis und besuchte die Desasterzone. Die Zerstörungen böten, wie er sagt, ein Bild fast wie im Krieg. Der rechtsextreme Präsident war gerade erst von Besuchen bei dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in sein Heimatland zurückgekehrt. Petropolis liegt in den Bergen des brasilianischen Teilstaats Rio de Janeiro. In der Stadt steht auch die Sommerresidenz des früheren kaiserlichen Hofes von Brasilien.